Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem wir uns kennengelernt haben? Ich weiß noch. Dieses Motorrad. Mein schönstes Kleid. Du hast mich angesehen und ich wusste es. Wie einfach das Leben da noch war. Was passiert da mit unserem Land? Wir töten unschuldige Menschen, überfallen andere Länder, beuten die Schwachen aus. Wenn unsere Führer böse sind, was macht man da? Du hast eine Pflicht gegenüber dem Vaterland. Die Kirche mahnt dich dazu. Du kannst nicht Nein sagen zu deiner Rasse und deiner Heimat. Du bist ein Verräter. Ich kann keinen Eid auf Hitler leisten. Ich kann's nicht. Glauben Sie, Sie werden die Dinge ändern können? Die Hände auf! Wenn Gott uns den freien Willen gegeben hat, dann sind wir verantwortlich für das, was wir tun und was wir nicht tun. Ich kann nicht tun, was ich für falsch halte. Wir müssen uns dem Bösen entgegenstellen. Was immer du tust. Ich bin bei dir. Immer.